Hallo, ich bin Lisa und freue mich euch zu einer neuen Folge des Edelstein-Lexikons begrüßen zu dürfen. In dieser Ausgabe erfährst du was Smeragde sind, wie sie aussehen können und wo man sie finden kann. Außerdem stellen wir dir vier weltbekannte und sehr wertvolle Smeragde vor. Wir verraten dir mehr über die Geschichte der Smeragde und schließlich besprechen wir ihre chemischen Eigenschaften. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, diese faszinierende Reise mit uns anzutreten. Was sind eigentlich Smeragde? Smeragde sind kostbare Edelsteine, die zur Berylgruppe gehören und für ihre charakteristische grüne Farbe bekannt sind. Sie entstehen durch das Vorhandensein von Chrom, Vanadium und Eisen im Beryllium-Silikat-Mineral. Mit einer Moosherte von 7,5 bis 8 gelten Smeragde als relativ harte Edelsteine. Sie besitzen zudem eine gute Transparenz und Brillanz, was zu ihrer Fähigkeit führt, lichteffektiv zu reflektieren und zu glänzen. Die Vorkommen von Smeragden spielen eine bedeutende Rolle in der Wirtschaft. Die meisten Förderländer exportieren diese Edelsteine in großen Mengen. Kolumbien beispielsweise exportiert jährlich Smeragde im Wert von 150 bis 400 Millionen US-Dollar, wobei der Schwarzmarkt möglicherweise nochmals den gleichen Betrag erreicht. Da Smeragde zu den wertvollsten und teuersten Edelsteinen gehören, gibt es zahlreiche Synthesen und Imitationen, die ähnliche Farben und Eigenschaften aufweisen. Andere grünfarbige Mineralien wie Tomaline, Dioptas und Granatvarianten wie Demantoid und Grosula dienen als Smeragde-Imitationen. Auch gefärbtes Glas kann als Imitation verwendet werden. Der Preis von Smeragden ist abhängig von Farbe, Reinheit, Gewicht und Schliff. Erst der Schliff macht den Stein wertvoll, je besser Farbe und Reinheit desto wertvoller werden die Edelsteine. Die häufigsten Schliffformen sind der hier zu sehende Rundschliff und der Baguetteschliff. Es gibt noch zahlreiche weitere Schliffarten, das erklären wir dir jedoch in einem anderen Video. Wo findet man eigentlich Smeragde? Diese Frage kann uns sicher Elke beantworten. Gute Frage Lisa. Hallo. Ich bin Elke. Also mit Sicherheit kann ich sagen, dass Smeragde nicht vom Himmel fallen. Smeragde werden in verschiedenen Ländern weltweit abgebaut, wobei einige Regionen für ihre hochwertigen Smeragdminen bekannt sind. Kolumbien Kolumbien ist das bekannteste und bedeutendste Abbaugebiet für Smeragde. Insbesondere die Region Muzo, die als Smeragdhauptstadt der Welt bezeichnet wird, ist für ihre hochwertigen Smeragde von leuchtend grüner Farbe bekannt. Andere wichtige Abbaugebiete in Kolumbien sind Chivo und Coscoes. Kolumbien ist nach wie vor der größte Produzent von Smeragden weltweit. Brasilien Brasilien hat ebenfalls eine lange Geschichte in der Smerag-Produktion. Die brasilianischen Smeragde zeichnen sich durch ihre lebendige grüne Farbe und ihre gute Transparenz aus. Die bekanntesten Abbaugebiete in Brasilien sind Nova Era, Belmond und Santa Terezinha de Goias. Das Land ist einer der größten Smerag-Produzenten und liefert eine beträchtliche Menge an Smeragden auf den Weltmarkt. Sambia Sambia ist ein aufstrebendes Abbaugebiet für Smeragde. Die Smeragde aus Sambia sind für ihre kräftige grüne Farbe und ihre hohe Klarheit bekannt. Das Cafuburiva Valley ist das Hauptabbaugebiet des Landes, wo sowohl große Bergbauunternehmen als auch kleinere Minen tätig sind. Sambia hat in den letzten Jahren seine Smerag-Produktion gesteigert. Neben den genannten Ländern gibt es weitere Abbaugebiete für Smeragde weltweit. Dazu gehören Zimbabwe, Madagaskar, Afghanistan, Russland und Äthiopien. Diese Länder haben ebenfalls Smeragd-Smeragd-Vorkommen, aber ihre Produktion und Exportmengen sind im Vergleich zu Kolumbien, Brasilien und Sambia eher gering. Und Überraschung! Auch in Österreich kann man Smeragde finden. Vielleicht planst du deinen nächsten Urlaub im Habachtal und gehst dort selbst auf Schatzsuche. Das Habachtal ist ein Tal in den österreichischen Alpen. Die genauen Fördermengen von Smeragden variieren von Jahr zu Jahr und sind abhängig von verschiedenen Faktoren wie Nachfrage, Verfügbarkeit und Bergbauaktivitäten. Kolumbien dominiert jedoch weiterhin den Markt und liefert die größte Menge an hochwertigen Smeragden. Lisa, bitte erzähle uns doch etwas über berühmte und wertvolle Smeragde. Das mache ich gerne. Es existieren diverse berühmte Smeragde auf der Welt, die aufgrund ihrer Ästhetik, Größe oder historischen Bedeutung Bekanntheit erlangt haben. Der Theodora Smeragd Theodora bedeutet übersetzt Gottesgeschenk. Der Stein wiegt 11,5 Kilogramm, das sind 57.500 Karat, angeblich wurde er in einer brasilianischen Mine gefunden. Geschliffen wurde der Theodora in Indien. Der Stein wurde 2012 auf einer Auktion in Kanada angeboten, fand jedoch keinen Käufer. Der Verkäufer hatte nicht gerade den besten Ruf und so wurde die Echtheit des Steins angezweifelt. Der Smeragd von Bahia Der Smeragd von Bahia ist einer der größten und schönsten Smeragde, die je gefunden wurden. Er wurde in der Bahia-Mine in Brasilien abgebaut. Die Smeragd-Stufe wiegt etwa 341 Kilogramm und besteht aus einem massiven Muttergestein, aus dem neun außergewöhnlich große und intensiv grüne Smeragd-Kristalle herausragen. Schätzungsweise machen die Smeragd-Kristalle etwa 10 Prozent des Gesamtgewichts der Stufe aus. Die Smeragde sind qualitativ schlecht und eignen sich daher nicht zur Verarbeitung zu hochwertigen Schmucksteinen. Der Smeragd von Kolumbien Der Smeragd von Kolumbien, auch als Gachala-Smeragd bekannt, wurde 1967 in der Mine La Vega de San Juan in der Nähe von Gachala entdeckt. Er wiegt unglaubliche 858 Karat. Der Mogul Smeragd Der Mogul Smeragd ist besonders berühmt aufgrund seiner beeindruckenden Größe und Qualität. Er wiegt etwa 217,8 Karat. Seine unverwechselbare Form ähnelt einem rechteckigen Kissen und seine Oberfläche ist mit Schnitzereien verziert. Der Stein trägt auf der einen Seite eingravierte Gebetstexte, auf der anderen Seite Blumenornamente. Der Edelstein wurde vermutlich im 17. Jahrhundert entdeckt und fand seinen Weg in den Besitz der mächtigen Mogul-Kaiser. Es wird gesagt, dass der Smeragd einst den Thron von Sultan Ahmed Shah von Gujarat zierte, bevor er in den Schatz des Mogul-Reichs gelangte. Während der Herrschaft des Mogul-Kaisers Shah Jahan, dem Erbauer des berühmten Taj Mahal, spielte der Mogul-Smeragd eine bedeutende Rolle und war ein Symbol für den königlichen Status der Mogul-Kaiser. Im Laufe der Jahrhunderte wechselte der Mogul-Smeragd mehrmals den Besitzer und gelangte schließlich in die Hände von Privatsammlern und Juwelieren. Heute gehört er zu den kostbarsten und begehrtesten Smeragden der Welt. Aufgrund seiner historischen Bedeutung wird der Mogul-Smeragd oft als Meisterwerk der Edelsteinkunst angesehen. Jeder dieser Smeragde besitzt eine einzigartige Geschichte und symbolisiert die Schönheit und Seltenheit dieses begehrten Edelsteins. Die Geschichte von Smeragden reicht weit zurück und ist von vielen bedeutenden Ereignissen geprägt. Hier sind einige wichtige Ereignisse und Entwicklungen in der Geschichte der Smeragde. Antike Smeragde wurden bereits in der Antike hochgeschätzt. Die ältesten bekannten Smeragd-Funde stammen aus dem alten Ägypten, wo sie vor über 4000 Jahren in Gräbern als Grabbeigaben den Verstorbenen mit auf die Reise in den Hades, die ägyptische Totenwelt, beigelegt wurden. Die Ägypter verehrten Smeragde als Symbole für Fruchtbarkeit, Wiedergeburt und ewiges Leben. Inka-Kultur Während der Zeit des Inka-Reichs, 13. bis 16. Jahrhundert, waren Smeragde von großer Bedeutung. Die Inkas nannten sie Tränen der Sonne und glaubten, dass sie göttliche Kräfte besitzen. Smeragde wurden in Schmuckstücken, Skulpturen und religiösen Artefakten verwendet. Spanische Eroberung Während der spanischen Eroberung Südamerikas im 16. Jahrhundert kamen große Mengen an Smeragden nach Europa. Die Spanier plünderten die Schätze der Inkas und Azteken, darunter auch Smeragde. Diese Schätze fanden in den königlichen Sammlungen Europas großen Anklang. Mogulreich Im 16. und 17. Jahrhundert erlebten Smeragde eine Blütezeit im Mogulreich in Indien. Die Mogul-Kaiser schätzten Smeragde besonders und verwendeten sie in prächtigen Schmuckstücken wie Diademen, Halsketten und Ringen. Europäische Königshäuser Smeragde waren auch bei europäischen Königshäusern sehr begehrt. Im 19. Jahrhundert waren Smeragde ein beliebter Edelstein im Jugendstil und Art-Deko-Schmuck. Prominentes Beispiel ist die Smerag-Tiara der schwedischen Königin Viktoria. Silke wird dir nun etwas über die chemischen Eigenschaften von Smeragden erzählen. Hallo Ich bin Silke und erzähle euch etwas über die chemischen Eigenschaften von Smeragden. Smeragde gehören zur Gruppe der Berülle und sind kostbare Edelsteine, die für ihren charakteristischen grünen Farbton bekannt sind. Diese Farbe entsteht durch das Vorhandensein von Chrom, Vanadium und Eisen in dem Mineral Berüllium-Silikat. Mit einer Härte von 7,5 bis 8 auf der Moos-Skala zählen Smeragde zu den relativ harten Edelsteinen. Sie besitzen auch eine gute Transparenz und Brillanz, was bedeutet, dass sie Licht effektiv reflektieren und glänzen. Smeragde sind eine Variation des Berüllminerals, das in hexagonaler Kristallstruktur vorkommt. Ihre chemische Zusammensetzung wird als BE3AL2SiO6 beschrieben. Obwohl Smeragde in Bezug auf ihre optischen Eigenschaften wie Farbe und Glanz sehr widerstandsfähig sind und ihre Farbe erst bei sehr hohen Temperaturen von 700 bis 800 Grad Celsius verändern, können sie aufgrund von ungleichmäßiger Farbverteilung, Rissen und Einschlüssen eine getrübte Farbe und Empfindlichkeit aufweisen. In der Schmuckindustrie werden diese Probleme durch Stabilisierung des Steins mit farblosen Harzen oder durch Färben mit farbigen Ölen und Harzen behoben. Smeragde haben in der Regel eine hexagonale Kristallstruktur und können in verschiedenen Größen und Formen vorkommen. Einige Smeragde können Einschlüsse aufweisen, die als Schaden bezeichnet werden und wie ein Garten aussehen. Allerdings können zu viele oder offensichtliche Einschlüsse den Wert des Smeragds mindern. Insgesamt sind Smeragde aufgrund ihrer einzigartigen grünen Farbe und ihrer Seltenheit äußerst begehrt. Sie zählen zu den begehrtesten Edelsteinen auf dem Markt. Vielen Dank, dass du dir mein Video angesehen hast. Wenn dir der Inhalt gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, um keine zukünftigen Videos zu verpassen. Hinterlasse gerne einen Daumen hoch, teile das Video mit deinen Freunden und hinterlasse mir in den Kommentaren Feedback oder Vorschläge für zukünftige Inhalte. Bleib dran und wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank.